Willkommen zurück zum Let's Fail Tomb Raider 4. Diesmal ist sogar direkt von Anfang an der Countdown gestellt. Oh mein Gott, ich verbessere mich. Und Lara? Achso, jetzt will sie sich bewegen. Sie wollte sich eben nicht bewegen. Ähm. Genau, wir konnten ja hier klettern. Ich versuche das nochmal. Und. Und für diejenigen, die jetzt die letzten zwei Parts so lang waren, dann tut mir furchtbar leid. Wirklich. Es war nicht beabsichtigt. Ich hatte eigentlich auch den Timer immer gestellt gehabt, aber irgendwie... Ja, keine Ahnung, was da los war. Jedenfalls, Timer ist jetzt richtig gestellt. Ich habe doch nochmal dreimal nachgeguckt. Und, ähm... Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Kann ich nicht einfach irgendwie... Klar, wenn ich mich fallen lasse, dann lasse ich mich fallen. Logisch. Aber ich habe gehofft... Da muss hier noch irgendwie eine Platte ausgefahren werden. Ach, ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Klar. Jetzt auf einmal geht's. Ich habe Angst, dass da eine Kugel gerade kommt. Kommt nicht? Ja. Okay. Da könnte ich hoch. Ähm... Kann ich dort auch hoch? Da kann ich sogar besser hoch. Da ist bestimmt auch noch irgendwas, oder? Ja. Nicht nur Laris Hintern, sondern auch... Patronen. Munition. Patronen. Was? Was? Patronen, Mann. Munition. Ganz einfach Munition. Ist voll schlimm. Irgendwie jedes Mal, wenn ich Tomb Raider aufnehme... ...dann bin ich voll der Noob. Also noch mehr als ohnehin. Ja, das geht. Ich höre die ganze Zeit irgendwas klackern. Komisch. Egal. Es war halt irgendwas hier im Zimmer. Nicht im Spiel. Nicht, dass ihr euch wundert... Höh, klackern? Was hört denn die schon wieder? Ich höre viel, wenn der Tag lang ist. Ja, da könnte ich hoch. Aber das bringt mir wahrscheinlich gar nichts. Nein, das bringt mir überhaupt nichts. Habe ich mir aber auch schon... ...denken können. Da ist auch sowas. Okay. Sültsam. Ja, dann... ...dann können wir ja nur hier, ne? Dann rutsche ich direkt runter. Ach ne, ich krieche direkt runter. Ich rutsche. Wie komme ich auf Rutschen? So rum. Hallo. Hallo. Das ist jetzt eine... Ich wollte gerade sagen, das würde jetzt etwas in den Augen wehtun, wegen der Kamera. Weil die immer hin und her schwankt. Aber es war dann doch nicht so schlimm. Kriege ich da hoch? Nee. Kriege ich da hoch? Nee. Ist da irgendwas noch? Oh, da ist was, ne? Hallo? Da ist irgendwie was und irgendwie auch nicht. Okay. Habe ich geschnallt. Ey, Lara. Aus. Nee, ne? Da gibt's nichts. Nee. 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 Bis seh' ich irgendwas schon wieder. Also quasi das Übliche. Kann mir nicht vorstellen, dass ich da hinspringen soll. So gut ist Lara nun auch nicht. Irgendwas rausziehen kann ich ja auch nicht. Ich würde da reindrücken, ne? Hä? Bin ernsthaft verwirrt. Das wird schief gehen. Das weiß ich jetzt schon. Sowas von schief gehen. Okay. Das geht nicht schief. Ich bin ernsthaft verwirrt. Ich guck mich immer ein bisschen um. Das ist halt typisch. Kennt ja mittlerweile von mir. Sollte mich ja auch immer mal ein bisschen besser hier unten sehen. Ähm. Ich wünsche mir ja sowas Elektrisches. Und jetzt? War doch gar nichts. Hä? Das Spiel verwirrt mich. Das Spiel verwirrt mich sehr. Nee, es verwirrt mich nicht nur, es irritiert mich einfach dermaßen. Oh. Soll ich da lang? Das ist der einzige Weg. Die einzige Möglichkeit. Wie soll ich da hinkommen? Hm. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hier rüber. Hinter mir war ja was, ne? Ja, hinter mir ist was. Da dürfte ich eigentlich nicht runterfallen. Ich speichere trotzdem Sicherheit. Aber nicht, dass ich wirklich runterfalle. Während ich hier zurückgehe. Genau. Das hat wirklich funktioniert. Oh, oh. Autsch. 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 Wo sind sie? Da. Oh. Direkt über mir. Direkt über mir. Ah. Ah. Kamera-Seption. Ah. 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 Ich habe gerade absolut keine Ahnung, was das für einen Gedankengang hier verfolgt. Ich weiß nur, wenn ich da jetzt runterfalle, dann tut das weh. Dann tut das ordentlich weh. Liegt da drüben irgendwas? Da ist aber so komisch. Biken. Und so zum Draufstellen. Und ich spring mal und sehe hoffentlich was. Nein. Ich sehe nichts. Dann gibt es da auch nichts. So ganz einfach. Natürlich kommst du da nicht ran. Sie sehen so auffällig aus. Könnte ich aber nichts mitmachen, okay? Scheiße. Jetzt muss ich doch rüber, ne? Verdammt. Nein, da gehe ich noch ein bisschen zur Seite. Ein bisschen zur Seite. Nein, was soll ich denn da machen? Das bringt doch alles gar nichts. Aber nach unten kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Nein, ich habe gespeichert vorher. War der unten? Obwohl? Ich weiß gerade nicht. Hier komme ich doch nirgendwo hin. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich da rüberspringen soll. Mit bestem Willen nicht vorstellen. Das kann mir auch keiner einreden, dass ich das machen soll. Warte, warte. Andere Richtung, Lara. Andere Richtung. Da kann sie sich jetzt bestimmt nicht mehr festhalten, ne? Kann ich die Blöcke zurückschieben? Geht das? Nein, Lara. Nein. Du sollst schieben. Schieben geht nicht? Nein. Außer, dass du das machst? Nein. Okay. Dann lade ich mal den letzten Speicherstand. Und lass mich mal hier hinten runter. Dann müsst ihr auf diese Erhöhung ankommen. Ja, und das tut mir gar nicht mehr so weh. Wo bin ich dann jetzt gelandet? Schade, dass ihr mein Gesicht gerade nicht sehen könnt. Ich gucke sehr skeptisch und irritiert. Jetzt, Lara, nimm dir das doch. Ich habe jetzt nur eine Fappel verwendet, ne? Und das auch noch verschwenderisch. Speichern? Man weiß ja nie. Jetzt kommt Musik. Musik ist nicht gut. Das ist aber keine böse Musik. Das ist eine... Hier bist du richtig oder beziehungsweise das ist ein wichtiger Orten-Sieg. Aber... Das ist blöd, wenn das jetzt das Level-Ende wäre. Mir fehlt doch noch dieser Eingang. Ich habe da auch nichts im Inventar, was ich irgendwie betätigen könnte oder so. Oder hier... Ah, da kann ich das Artefakt reinsetzen, ne? Ach man, was mache ich denn jetzt? Was ist das Artefakt ein? Ähm... Nein... Nein... Nein, ich will hier nicht hin. Ich will dir ehrlich gesagt das andere noch angucken, was da jetzt war mit der Stange und so. Da, wo ich nicht reingegangen bin. Nicht, dass da jetzt was Wichtiges war. Naja, ähm... Es kam wieder eine Zwischensequenz, wo Lara dieses Amulett reingesteckt hatte schon. Und sich so ein Tor geöffnet hatte und, ähm... Da war irgendwie was unheimliches, rotes Gesicht, klünen Augen, etc. pp. Und dann kam ihr Mentor, ist ihr Mentor aufgetaucht und hat jetzt dafür gesorgt, dass sie hier eingesperrt ist. Schön, ne? Sehr schön. Ich würde aber mal sagen, ich mache hier einen Schnitt, werde einen anderen Speicherstand aufrufen, um dann, ähm, nicht mal offscreen, beziehungsweise ich nehme es dabei auch auf, mal zu gucken, was bei dem anderen passiert. Werde es dann vorher zeigen und dann, ähm, hier eigentlich ansetzen. Wieder, ja. Ich würde zumindest wissen, was da bei dem anderen ist. Jedenfalls sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss, eure Tai.